Liebe Einwohnerinnen und Einwohner des Burgenlandkreises, ich muss mich mit einem dringenden persönlichen Appell an Sie wenden. Vor uns liegt ein Wochenende, an dem einschneidende Regelungen gelten. Wir können uns nicht im freien und auch nicht in geschlossenen Räumen in größeren Gruppen versammeln. An diese Regeln sollten wir uns unbedingt halten. Ihr Sinn ist, Menschen zu schützen, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, drohen weitere, noch massivere Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit. Das sollten wir verhindern. Und deshalb bitte ich Sie alle, dafür Sorge zu tragen, dass diese bestehenden Regelungen eingehalten werden. Bitte wirken Sie daran mit. Ich danke Ihnen.